Eine häufig gestellte Frage hat eine neue Antwort. Ich bin schon öfters gefragt worden, wie ich denn meine iOS-Sounds, System-Sounds, Sounds aus Apps über Airplay an das Sonos-Boxen-System weitergebe, weil die sprechen prinzipiell erstmal nicht miteinander. Das Ganze hat eine neue Antwort, heißt AirSonos, ist eine kleine GitHub-Desktop-Software, die man so im Terminal startet und die übersetzt zwischen diesen zwei verschiedenen Systemen. Und zwar kann man dann als Airplay-Lautsprecher auch das Sonos-Netzwerk auswählen. Das heißt, aus jeder App, Beats Music beispielsweise, oder auch eine Audiobuch-App oder eine Podcast-App, ist es mir möglich, Sound drahtlos an das Sonos-System zu übergeben. Das Verbinden dauert so eine ganz kleine Sekunde, funktioniert technisch dann aber einwandfrei und ohne Probleme. Wenn man zwischen den Boxen umschalten möchte, wenn man verschiedene Pärchen bilden möchte, dann funktioniert das über die Sonos-Up. Einziger Nachteil, im Netzwerk muss natürlich ein Rechner mit AirSonos aktiv sein, sonst funktioniert die Wiedergabe-Übergabe natürlich nicht. Ein sehr netter kleiner Hack dieses AirSonos, um Sonos und Airplay mal zusammen an einen Tisch zu bringen. Und mich würde nicht wundern, wenn dann noch mehr daraus entsteht, und zwar aus offizieller Quelle.